Liebe Münchnerinnen und Münchner, es ist bahnbrechend zu sehen, wie viele Menschen heute wieder hier sind, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Bahnbrechend aber ebenso notwendig, angesichts des wütenden Rassismus überall auf der Welt. Und ja, dass man sich einfach als Mensch zuerst begegnet, aber das scheint in den Köpfen und Herzen vieler Menschen noch nicht angekommen zu sein. Sei es bei der AfD, sei es bei unserem Innenminister, sei es bei vielen Leuten, die sich im Netz darüber auslassen, ob dieses Movement wirklich Sinnhaftigkeit hat. Ja, euch geht es doch in Deutschland so gut. Rassismus gibt es nicht. Es ist ja verboten. Warum sollte man solche Dinge untersuchen? Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Rassismus. Ein Wort, das bestimmt jeder von euch kennt und eines, das auch viele mit ihrem Alltag verbinden, egal ob gewollt oder nicht. I stand here as one, but I stand as 10.000 to the 10th power. Wir sind wütend und wir sind müde. Aber wir werden nicht müde für unsere Rechte einzustehen. Lasst es uns gemeinsam rufen. Lasst es uns gemeinsam rufen. Black lives matter all the time. Black lives matter all the time. Black lives matter all the time. Untertitelung des ZDF für funk, 2017